Hallo, hier mal ein Video von der Lichtsignal-Anlage am Kaiserplatz in Aachen, die aufgrund einer vollsperrenden Wilmstraße mit Sonderprogramm läuft. Denn die vollsperrende Wilmstraße war für die Stadt Aachen ein Anlass, die Lichtsignal-Anlage so umzuprogrammieren, sodass die Fahrzeuge, die in die Umleitungsstrecke geführt werden, schneller vorankommen. Vielen Dank. Entschuldigung, was macht der denn? Na so, ruf hier mal ein Rotlicht, bitte. Ja, wer hier schon mal im Video von dem Programmwechsel gesehen hat, dann dürfte auffallen, dass die Grünphase kürzer ist als normalerweise. Applaus 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 Ja, das war es gerade noch rechtzeitig bemerkt, dass es davon nicht weiter geht und es in den letzten Sekunden noch links abgebogen Hier war es wieder von der normalen Schaltung Das wäre ja so richtig, das würde ja nicht sein Ja, das wäre ja so richtig, das wäre ja so richtig Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.